Sie meinen, das sei doch klar und langweilig, so etwas festzustellen, das wisse doch jedes Kind. Man hat aber nicht begriffen, dass der Durchlauf eines schon immer gewusst Habens durch ein nun nicht mehr sicher sein und nicht mehr wissens und selbsterfahrens und nachdenkens und erschließens und nun in konkreter, sinnlicher Weise begreifens etwas völlig anderes darstellt. Hier sitze ich und erkenne schlagartig, die Sonne ist ja gar nicht so hoch am Himmel um diese Zeit, wie sonst üblich. Und dann kommt die schräge Lichteinfallsvorstellung durch die dadurch erweiterte Luftraumvolumen und die höhere Filterung der Strahlen und das wird dann direkt auf der Haut durch den Luftzug und Wind und Wärme spürbar. Das ist eine ganz andere, ein ganz anderes Wissen und Erkenntnis, nämlich jenes Wissens, das man nach einem Nichtwissen neu, in neuem Durchlauf zu begreifen, sich erarbeitet hat.